Hallo, heute mache ich meinen ganz eigenen Blog. Ich wollte euch nur mal was über arme Pferde sagen. Ich gucke mir manchmal auch Videos auf YouTube an. Ähm, ja, also die Pferde, die da echt schlecht behandelt werden, die Menschen, die das machen, sollten echt keine Pferde haben, echt. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr es findet jetzt. Also, ich reite ja selber, habe aber kein eigenes Pferd, nur im Stall. Jetzt sozusagen, ja, reite ich halt bei Stefan Remmel in Salzemdorf. Ähm, und, ja, wir waren ja letztes Mal bei den Lumenbändern. Ja, jetzt wollte ich schon Bummi sagen. Oh, ja, ja. Dann zeige ich euch nochmal mein ganzes Zimmer. Wundert euch nicht, wir ziehen um. So schön sieht es echt nicht aus, weil wir umziehen. Habt ihr am Freitag auch die Sonnenfinsterns gesehen? Ja, wenn ihr schreibt. Da ist meine Box. Die kann ich dann umherbringen. Ja, hier ist meine Lumenbox. Ich mach mal kurz das Rulor runter. Oder ich mach's. Ah, das nervt. Ja. Ähm, ihr seht, wie ihr seht, seht ihr meine Lumenbox. Ja. Aha. Ähm. Die Lumenbox heißt Lumenbänder Kit und dann komplett Set mit Anleitung zum Dies zum Dessingen zum Dessingen zum Dessingen Okay, dieses Wort hier geht echt schwer. Sieht eigentlich auch sehr schön aus. Hier steht Inhalt 1.000 Ringe 25 Verbindungsstücke ein Webraben eine Hegelnade Aber das ist jetzt alles bei mir jetzt drinnen. Ähm, dann wollte ich euch heute nochmal hier meine andere Hegelnade zeigen. Hier ist noch eine. Hier seht ihr den Lolli. War ja wieder klar. Ähm, ja. Dann mach ich noch schnell mein Bett fertig, damit es auch besser aussieht. und dann mach ich noch etwas. Entschuldigung. 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 und dann schuldigung. Es ist dann bei mir gehen auch meistens diese stangen kaputt das was abgegangen weil ich mich aus versehen drauf gesetzt habe ich kann auch lumen bänder damit machen mein video mache ich jetzt nicht dafür brauche ich meine andere kamera dies bei oma und opa ja also gut so viele lumen da habe ich nicht mehr da ist die silberne dann wollte ich euch noch dann war diese lumen da dran wollte ich euch noch einmal zeigen hier dann habe ich hier ja man habe ich jetzt noch das hier die gegnern und daraus habe ich diesen schmetterling gemacht mit ein hänger und ich habe eine mini mütze gemacht ich wollte eigentlich was anderes daraus machen ist aber eine kleine mütze und daumen dann habe ich noch ein paar anstecker hat muss ich eben sie rausholen ja dann habe ich mir mal mit den flügeln die smileys verkaufe ich für jetzt eigentlich die anstecker hier die verkauf ich für 1 cent wenn ich dann verkaufe ich sie extra ja das war es eigentlich schon wieder aber ich könnte euch ja noch was zeigen ich weiß zwar nicht was aber na gut jetzt geht es mal nicht um die mal wieder anstecker ein so 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 aber aber so 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 Schreibt einfach mal in den Kommentaren, was ihr schön findet, wie ihr es schön findet, ob ihr vielleicht noch Videos sehen möchtet. Dieses Video heißt Blumenbänder zeigen. Ja, davon ist das jetzt mein erstes. Davon mache ich noch vier weitere. Und wenn ich vier gemacht habe, vielleicht wenn ich, ich bin jetzt zehn, wenn ihr mir nicht glauben wollt, das steht in meiner Urkunde, in meiner Geburtsurkunde und ich war 27 Zentimeter. So, kommt da rein, schreiben und so weiter und so fort. Ja, ähm, wenn ihr was über Sonnenfinstern sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. Vielleicht mache ich auch noch ein Video über, äh, äh, Minecraft. Ja, es ist sehr lang geworden. Sehr lang. Uah.